Was zum Fick macht der? Aha. Aha. Ich versteh immer nicht, warum der jetzt einmal da außen rumfährt. Ich, ich, ich hab doch hier die Möglichkeit da links abzubiegen. Äh ne, warum hab ich denn das nicht? Da hab ich nicht die Möglichkeit abzubiegen. Oh shit. Okay. Mhm. Oh, was ist hier? Richten Sie eine Buslinie ein. Ziel, Kaufhaus. 0% abgeschlossen. Siehste, nö, 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 Kaufhaus. Oh, scheiße, nö, ablehnen. Weil ich erstens nicht weiß, wie eine U-Bahn geht. Oder wie man eine U-Bahn baut, besser gesagt. So, jetzt bin ich gespannt, ob die Leute hier aussteigen. So, einer hat noch drin, der fährt jetzt da mit rein zum Busbahnhof. Der steht da gleich wieder hin. Okay, dann muss ich das eindeutig ändern hier. Okay, dann müssen wir hier eindeutig ändern. So, und zwar machen wir da einfach eine dreispurige sowas hin. So, und ich hoffe... Warum wird es mir jetzt nicht angezeigt? Machen wir das jetzt da oben auf? Ach, bis er die neue Straße gefunden hat, oder was? Die kommt weg hier. Alter Schwede. Ohne Scheiß. Was soll denn die Kacke? Aha. Jetzt passt es doch so, wie ich es haben möchte. So, jetzt sind unterwegs... Da ist ja Gott sei Dank ein Bus, oder? Nö. Das finde ich auch cool hier mit der... Mag man allem. So, wir haben jetzt allein nur den Bereich abgedeckt, ja. Und wir sind unterwegs mit eins, zwei, fünf... Mit fünf Fahrzeugen. Ach so, das ist hier der Berufsverkehr Bus. Weil hier zwei hintereinander sind. Alles klar. Ja. Und dann würde ich sagen... Gibt es hier... Ja, ist okay. Ähm... Dann würde ich sagen, machen wir eine Direktlinie hierher. Ja. So, das wäre dann die Nächte. Die würde dann... Sie würde dann... Sie würde dann ebenfalls von hier gehen nach da. Und dann... Ach so, mir fehlen ja da drüber erstmal die Halte stellen. Ich lobby. Oh mein Gott, Alter. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 6. da ist eine Einfahrtstraße ich hab da etwas vergessen so, die kommt natürlich in die Richtung und dann hier so und dann da so und da so und da so und da und hab ich dann eine zweispurige warum kann ich jetzt hier sch... ok, dann müssen wir hier anders regeln so so, ich kann hier zweimal drinnen ne so, ich mach da noch und da noch und da noch und dann hier die letzte und dann jetzt wieder zurück ok gott line 2 so, was passiert denn wenn ich jetzt hier die erste versuche so, dann guck ich mal wie der fährt mein Fahrtstraße entlang krass ok boom 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 es keine Verbindung jawohl, ich hab die alte Stelle im Tunnel versinkt oh Gott oh Gott holl das ist natürlich meine schlauste das beste was mir passiert ist Warum hat es keine Verwendung zur Latschnagestelle? Hehehe Okay, liebe Leute, wenn du mir jetzt erzählst, wie ich von hier achter dreht er um oder was? Echt? Wooh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020